Schwerer Zusammenstoß bei einer Segelregatta in China. Bei einem Rennen der Serie Extreme Sailing vor Qingdao krachte das Boot der Red Bull-Mannschaft in den Katamaran von Alinghi. Dabei wurde ein Rumpf des Alinghi-Bootes schwer beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, das Alinghi-Team konnte jedoch an den weiteren Wettrennen nicht mehr teilnehmen. Die Rennleitung sprach Alinghi als Entschädigung Punkte zu, so dass das Schweizer Team am Ende als Sieger feststand und auch in der Gesamtwertung mit zwei Punkten führt.